Kurz ein Pitch öffentlich. Geil. Also ich klicke mal drauf, vielleicht sehe ich uns da direkt. Kurz ein Pitch öffentlich. Okay, jetzt sieht man mich, groß. Jetzt sieht man dich, ah, jetzt sieht man dich. Also ich klicke mal drauf. Da wird die Sprecher anrichtaktiviert. Geil, und ich kann im Chat tatsächlich reinschreiben, auch hier. Okay, jetzt sieht man mich, groß. Jetzt sieht man dich, ah, jetzt sieht man dich. Okay, es ist auch krass zeitverzögerlich. Geil, und ich kann im Chat tatsächlich reinschreiben, auch hier. Jetzt sieht man mich, groß. Jetzt sieht man dich, ah, jetzt sieht man dich. Okay, es ist auch krass zeitverzögerlich. Geil, und ich kann im Chat tatsächlich reinschreiben, auch hier. Jetzt sieht man mich, groß. Jetzt sieht man dich, ah, jetzt sieht man dich. Okay, es ist auch krass zeitverzögerlich. Gut, aber es funktioniert. Geil. Hä? Ist Tobi raus? Ersten ist der Boss jetzt. Irgendwer hat jetzt gerade den Host bekommen, ja. Ja, du bist der Boss. Tobi hat sich selber gekickt? Nee, weiß ich nicht. Geil. Ey, das ist so nice. Wir lernen so viel, ne? Wie geil ist das denn? Dass Leute, wenn der Zoom-Raum voll ist, die klicken auf den Zoom-Link und die werden automatisch weitergeleitet auf YouTube und können da dann den Livestream sehen. Voll nice. Oh, ich hab den Ton an. Okay, ich bin wieder da. Ja. Das wollte ich auch nochmal testen. Was passiert, wenn ich rausfliege? Bricht alles zusammen? Nein, der Host wird einfach übergeben. Das heißt, wenn ich rausfliege, dann... Da kommt einer der Co-Hosts, also jemand aus dem Team, quasi alle Möglichkeiten, die Bühne zu nutzen. Aber wir können uns dann auch, also im Worst-West-Case-Szenario, wenn jetzt irgendwas bei uns mit der Leitung wäre, dann hätten wir noch irgendwie eine Minute Zeit, uns wieder einzuwählen und das wieder zu übernehmen. Also es bricht nicht alles sofort ab. Ja, perfekt. YouTube funktioniert. Genau, den Link, den habt ihr alle angezeigt bekommen. Der ist jetzt immer noch... Ist das jetzt immer noch live oder nicht? Ja, anscheinend. Bei mir wird es oben noch angezeigt. Gut. Wo siehst du? Hier einen Link. Ist hier nirgends ein Link. Wenn ihr in Zoom seid... Also oben links sieht man, YouTube ist irgendwie noch aktiv. Ja, okay, ja. Live, ja. Wenn wir das aufzeichnen, dann wird nur das hier aufgezeichnet, ne? Ja. Ja. In YouTube wird es ja nicht aufgezeichnet, es wird nur Zoom aufgezeichnet. Mhm. Ich kann jetzt...